hallo ihr lieben hallo wir grüßen alle camper wir sind ja jetzt längere zeit nicht unterwegs gewesen und nächste woche wollen wir uns eine woche leisten und was wir dafür brauchen um dahin zu kommen die spritpreise sind gerade günstig da fahren wir jetzt machen wir einen ausflug mit dem wohnmobil zu unserer tankstelle damit wir mal wieder wohnmobil gefahren sind wir haben schon in zugserscheinungen aber nächste woche für eine woche geht es mal raus bisschen ein doktorsee wo wir schon öfter waren nächste woche machen wir den kurzen bericht wir waren da ja schon öfter haben berichte gemacht irgendwie sind wir jedes jahr da mal gelendet und diese ist eben bloß mal jetzt so ein kurzer gewesen es hat keine überzeugung gebraucht ich habe eben sie gefragt ich sage vertanken willst du mit mal wieder wohnmobil fahren ihr glaubt gar nicht wie schnell die aufgestanden ist und am prütteln war die war vor mir schon am wohnmobil die tür war schon auf bloß damit wir mal wieder zusammen los kommen ich weiß nicht ob es euch auch so geht aber bestimmt den meisten so die lange nicht weg waren okay wir sind von unserer tankreise zurück und es war wie in spanien rein gefühlsmäßig also nicht wegen der bepflanzung aber wegen des spritpreises diesel haben wir eben getankt für 151 das haben wir das letzte mal gehabt als wir in spanien waren oder hier deutschland vor corona naja gut als wir den wohnmobil gekauft haben das ist jetzt so fast auf dem kopf vier jahre her da war der dieselpreis 1 euro 5 habe ich noch auf dem video als was abgeholt haben sind war erst mal eine tankstelle gewesen und da steht 1 euro 5 und das war am ja vorgestern waren es genau vier jahre her so lange haben wir jetzt schon unser concorde und nächste woche guckt da irgendwann schaltet da ein genau dann machen wir einen kurzen film vom dr see tschüss tschüss tschüss